Ja, also ich wünsche mir halt, mit der Familie zusammen zu feiern, aber halt auch so ein paar Gegenstände, die sich selber klar machen. Also auf jeden Fall mit der Familie zu verbringen, sich nicht in den Weg kommen zu lassen von zum Beispiel Corona. Dass ich in einem Fußballspiel oder so in einem Stadion ein Verspiel gucken kann. Dass ich dann zum Beispiel alle am Tag vor Weihnachten, also wenn man noch Schule ist, dass sich dann alle irgendwie als Weihnachtsmann oder so verkleiden müssen. Nein, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich wünsche, dass der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche im Schnee und seinen Regen. In die Schule kommt. Genau, in die Schule kommt. Und dann fällt da einfach so eine coole Angebarrunde über den Schulloch. Und das war von jedem persönlichen Michelin. Ja. Genau. Eine super Idee. Also ich habe den Wunsch, dass Pater Julian sich oben aufs Dach stellt und Süßigkeiten runterwirft auf den Schulloch. Ja. Verkleidet? Ja. Wie? Als Dinosaurier oder ein Christkind. Das kann er sich aussuchen. Und wir wünschen uns für das ganze Jahr Hausaufgaben frei. Äh, dass alle zusammen sind, von der Familie am Weihnachten feiern können. Ja. Mein Weihnachtswunsch ist, dass ich eine schöne Zeit mit meiner Familie habe und dass jeder auch so eine schöne Zeit haben wird. Und ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben und dass vor allem auch in der Ukraine wieder Frieden herrscht. Also vielleicht auf jeden Fall, dass der Krieg vielleicht aufhören könnte und dass man sich erstmal so spricht mit allen Leuten. Und dass so jeder sozusagen seinen Frieden findet. Also ich wünsche mir neue Airports, weil meine Airports sind in die Toilette gefahren. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch der Frieden und dass alle Menschen glücklich sind an Weihnachten und dass keiner will mich alleine. Ähm, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Also mein Wunsch wäre ganz klar, dass der Klimawandel aufhört und das ist alles so, dass wie früher, dass keine Abgas in der Europa fliegt und so ist. Mein Wunsch ist, ähm, dass zum Beispiel der Krieg in der Ukraine aufhört. Zusammen wünschen wir uns, dass es aus der ganzen Welt lieben ist, vor allem in der Ukraine aufhört. Bis noch im Ruhr kommen. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Eine schöne Abendzeit. Ich hoffe für Euch, dass alle Eure Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen. Euer Christkind. Üb obviamente rzee Kost Keir aus und nachher Milch Kontifles zu sein. Doch der Covid könnte DER, wo bin Dir und wird schlecht können. DER, wunsch tat, Ja, soll ihr denn das? Die Boöse, die Jungs retention ja gut. König zu sehen? Die Boöse, die Böse, die St Мосzische haubern MORE. Die Hoétait zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020